Also das Ziel unserer Arbeit hier bei der Firma Ropa ist, dass wir die besten Maschinen bauen zur Zuckerrübenernte. Die Zuverlässigkeit ist ein besonders wichtiges Thema bei diesen Maschinen. Wir brauchten einen Motor, der möglichst robust und langlebig ist, zuverlässig läuft. Diesen Wunsch hat also Volvo bei diesem Stufe 5 Motor jetzt sehr gut erfüllt. Also was für Ropa besonders wichtig war, wir haben also Volvo früh genug mitgeteilt, was wir bei der Stufe 5 für Wünsche und Erfordernisse haben, damit diese Maschine hier optimal angetrieben wird. Wir haben also in der Maschine erst einmal ausreichend Hubraum installiert. Hier sind 16,1 Liter drinnen, der Volvo TBD 1683 VE. Der Motor hat bei sehr niedriger Drehzahl bereits ein sehr hohes Drehmoment. Das ist was für das Rübenroden mit der Maschine besonders wichtig ist. Wir haben eine Hauptarbeitsdrehzahl beim Rübenroden von 1100 Dieselmotor-Umdrehungen und jetzt ist wichtig, dass der Motor, wenn es dann ein bisschen härter geht, hier im Drehmoment hält und nicht zusammenbricht. Die Reaktionszeit und das Ansprechverhalten dieses Motors sind um zwei Klassen besser als die des Vorgängermotors. Die zwei Turbolader, die hier hintereinander geschaltet sind, sorgen hier halt von ganz unten raus für ein richtig agiles Verhalten, was gut zu der Maschine passt. Was für uns auch eine große Hilfe war, wir haben also bereits vor über 30 Jahren die ersten Volvo-Motoren verbaut und diese Motoren, die laufen heute immer noch, sind uralt, sind viele Motoren, 15.000 Stunden und mehr drauf und der Motor macht sehr wenig Sorgen, von daher hatten wir in die Marke Volvo großes Vertrauen. Wir denken, dass wir mit diesem Motor wieder den besten Antriebsstrang in allen Rübenroden auf dem Markt haben, dass der Motor besser zur Maschine passt als alle anderen Motoren, die auf dem Markt verfügbar sind und dass wir damit den Vorsprung im Markt wieder weiterhin beibehalten und ausbauen können.